Geht aber nicht an. Die ist Schrott! Hä? Was ist das denn für ne Scheiße? Achso, ich hab die Batterien falsch eingelegt. Moin! Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessiboy. Willkommen zum nächsten Video. Wie ihr seht, ein bisschen anderes Setting als sonst. Der Hintergrund hat sich ein bisschen geändert und auch die Bildqualität und die Tonqualität hoffentlich. Denn ich habe eine neue Kamera. Falls ihr mich auf Instagram verfolgt, dann habt ihr das gesehen. Heute geht es um eine Spiegelreflex-Kamera von Wish. Für einen Toppreis. Ich erwarte nicht viel, aber ich würde sagen, wir packen einmal aus und gucken uns das Teil einmal an. Wir haben es einmal wieder in so einer Luftpolsterfolie. Hier ist einmal die Kamera. Da kümmern wir uns gleich drum. Ein USB-Kabel. Die Bedienungsanweisung in Englisch. So, wir haben hier die Kamera. Der erste Eindruck zeigt auf jeden Fall schon meine Vermutung. Und zwar, die Kamera wiegt gar nichts. Ich hoffe, sie funktioniert überhaupt und ich habe keine Attrappe bestellt. Wir haben einmal hier oben einen An- und Ausknopf. Zoom rein und Zoom raus. Dann haben wir hier noch den Auslöser. Und wir haben die Superlinse. Wie wir hier sehen, kein optischer Zoom, sondern nur Digital-Zoom. An der Seite haben wir einen Klinken-Anschluss, einen USB-Anschluss und den SD-Karten-Anschluss. Auf der Unterseite ist das Akkufach, beziehungsweise von Akkus kann man hier nicht sprechen. Alter, das geht so beschissen auf. Sondern Batterien. Das heißt, Akkulaufzeit so lange, wie die Batterien halten. Und dann haben wir das Herzstück sozusagen. Und zwar das Display. Einen Mode-Knopf und hier wahrscheinlich oben im Menü rumzuwählen. Ich würde sagen, wir packen einmal Batterien und SD-Karte rein und starten das ganze Ding einmal. Alter, geht auch nicht mehr zu. Also Verarbeitung können wir hier schon mal 5000 Sterne abziehen. So, also wir sind jetzt hier im Foto-Modus. Wie wir sehen, die Qualität des Displays lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Wir haben wieder einen relativ hohen Zoom-Faktor. Den ich hier auch über die Zoom-Knöpfe nicht mehr editieren kann. Wir gehen einmal ins Menü. Wir haben hier einmal 16 Megapixel eingestellt. Dann können wir hier einmal Selbstauslöser-Dingsbums machen. Und hier unten so ein Burst-Modus. Die Qualität ist auf sehr fein eingestellt. Ich würde sagen, wir machen einmal ein Testbild. So wie ihr das jetzt auch seht. Wechseln wir zum nächsten Modi. Das ist der Video-Modus. Da werde ich jetzt auch einmal ein Testvideo aufnehmen. Moin Leute. Kurz aus dem Schnitt. Und zwar, ich schneide gerade das Video, was ihr gerade guckt. Und ich habe echt ein Problem. Und zwar diese schrottige Scheiß-Kamera lässt die ganze Zeit... Ich muss das hier mal kurz einstellen. Durch dieses Video-Format stürzt die ganze Zeit meine Premiere ab. Also ich habe dieses Kack-Video hier. Dieses, was ich mit der Scheiß-Kamera aufgenommen habe, habe ich hier importiert. Und jetzt kann ich nicht mehr weiter schneiden. Einfach weil die ganze Zeit das Programm abstürzt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das Video gerade guckt. Und es geht weiter. Ja. Moin Leute. Das ist der Video-Test von der Super-Kamera. Den Ton... Jetzt auch einmal einfalls das Ding hier Ton aufnimmt. Und der letzte Modus ist ein Tonaufnahme-Modus. Den lassen wir jetzt mal außen vor, weil ich habe eine Kamera gekauft und kein Aufnahmegerät. So, die Blitz-Funktion müssen wir natürlich auch ausprobieren. Wir haben hier so einen Knopf. Damit geht der Blitz auf und ich würde sagen Blitz Ahoi. Ah, alles klar. Wir haben hier eine super LED-Lampe. Hier blitzt gar nichts. Also... Ich bin gespannt. Kommen wir zur Bewertung. Verarbeitungstechnisch muss ich sagen... Ist das... Ja... Es ist jetzt nirgendwo grad und so. Aber das Teil wiegt halt nichts. Mich wundert, dass da kein Film reinkommt. Ähm... Ist halt alles sehr billig verarbeitet. Typisch China. Zum Beispiel... Was mir auch gefallen ist, die sind halt so Schlaufen... Schlaufenbänder. Und ähm... Ist aber gar keine Umhängeschlaufe dabei. Genauso wie das Display. Wir mussten beim Film extrem gucken, wie wir filmen. Weil das... Weil diese Scheibe so doll gespiegelt hat, dass wir das kaum aufnehmen konnten. Auch die Knöpfe haptisch sind da. Aber es wirkt sehr billig einfach. Deshalb gebe ich dem Ganzen für die Verarbeitung 3 von 5 Testis. Geht es weiter zur Funktionsweise. Wir... Ich hab mir die Bilder und das Video grad mal einmal angeguckt. Damit ich nicht nachher im Schnitt überrascht bin. Das wirklich unterste Schublade. Also... Da ist ein Film von der Kamera, die 1000 Jahre alt ist, besser als das Teil. Wir machen Toaster besser auf Fotos. Ja. Wirklich. Also das ist wirklich Katastrophe. Angebliche 16 Megapixel steht hier auch auf der Seite gut drauf. 16 Megapixel. Die hab ich nicht wiedergefunden. Die sind wohl unterwegs von China her verloren gegangen. Das Bild war grottenschlecht. Genauso wie die Videoaufnahme, die ja in 4032x4032, also in 4K theoretisch auch genommen wird. Das war auch Katastrophe. Das habt ihr auch alles gesehen. Ja, Ton war auch scheiße. Also war einfach schlecht. Deswegen gebe ich hierfür die Funktionsweise und die ganze Aufmachung und so, gebe ich zwei Testis. Sie kann Fotos machen. Das ist das einzige was funktioniert. Sie kann ein Video aufnehmen. Funktioniert, aber Qualität und so ist wirklich katastrophal. Kommen wir zu Verpackung und Versand. Dafür, dass ich es bei Wish bestellt habe, war es relativ schnell da. Die Kamera ist nach ungefähr einer Woche da gewesen. Das heißt für Wish Verhältnisse echt super. Verpackung. Na klassisch Wish. Kein Karton. Zubehör war auch eher minder statt mehr. Nur das Kabel. Kein Akku, sondern die Batterien, die nicht mal im Lieferumfang enthalten waren. Das heißt auch Batterien musste ich selber da reinpacken. Zubehör sonst hatte ich keins. Nicht mal ein Karton für die Kamera. Also hier gebe ich 3 von 5 Testis. Das heißt im Gesamtergebnis sind das 2,6 von 5. Also völlig durchgefallen. Da wir ja mitten im Wish Semba sind, könnt ihr dieses geile Teil gewinnen. Es ist ganz einfach. Ihr drückt unten den Abo-Knopf, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und schreibt unten einen Kommentar in die Kommentarspalte und schon könnt ihr das Teil gewinnen. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Wish Semba. Haut rein, habt einen schönen Abend und tschüss.